Hallo, ich bin der Sven, Radreisender aus Berlin und befinde mich an einem der tollsten Orte auf dieser Welt. Ich stehe nämlich am Brandenburger Tor in Berlin und möchte euch aufrufen, am 23.04. zu meinem Start, zu meiner Weltreise zu kommen. Denn wir werden hier am Praiser Platz eine tolle Veranstaltung haben mit einem Bühnenprogramm. Und dort wird die Inklusionsfackel verabschiedet, denn ich werde sie mitnehmen, so wie 2015 zum Papst. Da haben wir sie segnen lassen. Oder 2016 nach Rio ins Deutsche Haus zu den Paralympics. Die Tour wird wieder unter dem Motto Inklusion braucht Aktion stehen. Ich werde die Inklusionsfackel vom Netzwerk Inklusion Deutschland wieder dabei haben. Und werde dann hier mit so viel wie möglich Radfahrern und Rollifahrern einmal zur Siegessäule fahren und zurück, um zu demonstrieren, wir sind da. Behinderte Menschen gehören genauso in unsere Gesellschaft wie alle anderen. Und deswegen möchte ich euch bitten, unterstützt uns dabei, kommt hierher. Wir haben hier ein tolles Programm und fahrt mit uns einmal um die Siegessäule. Wie gesagt, am 23.04. bitte helft uns. Danke.